Als der Zirkus in Flammen stand, als der Zirkus in Flammen stand, sah ich selbst in aller Ruhe aus der Ferne das Getue, als der Zirkus in Flammen stand. Eine Löwin wär fast verbrannt, weil sie nicht mehr den Ausgang fand. Doch die meisten dieser Biester sprangen brüllend durchs Geknister, als der Zirkus in Flammen stand. Die Menschen kreischt in Schallender als Affen, 14 Tiger rannten in die Stadt. In den Drähten hingen zwei Giraffen, 28 Kinder trat man platt. Als der Zirkus in Flammen stand, ist auch ein Vogel Strauß verbrannt. Denn der gute Vogel tauchte, wenn sein Hinterteil schon rauchte, seinen Kopf standhaft in den Sand. Selten haben wir so etwas gesehen, selten haben wir alle so gelacht. Denn aus Dingen, die hier sonst geschehen, haben wir uns ja nie sehr viel gemacht. Die paar Morde, die bei uns passieren, die sind stets ohne Leidenschaft und Fahrt. Die kann man ja höchstens ignorieren, wie den Mann im Mädchenpensionat. Keiner spricht heute mehr vom Lehrer Harald, der ein Kind erwirkte und entfloh. Denn das Kind war höchstens sieben Jahre alt, in dem Alter merkt man's noch nicht so. Keiner spricht vom Sohn des Mediziners, der die Apothekerin erstach. Dann an Ort und Stelle erstrich Ninas und sich noch die Halsschlagader brach. Selbst als unsere Blindenanstalt brannte, dauerte die Heiterkeit nicht lang. Weil kein Mensch verbrannte, den man kannte und nicht einer aus dem Fenster sprang. Alle Blinden blieben in den Betten und benahmen sich dort sehr geschickt. Und man konnte schließlich alle retten, nur ein Feuerwehrmann, der es verstickt. Nimmt es da noch irgendjemand Wunder, dass man unsere kleine Stadt verflucht? Dass man weg will von dem ganzen Plunder und sich sein Vergnügen einfach sucht? Als der Zirkus in Flammen stand, als der Zirkus in Flammen stand, sprangen brennende Artisten auf die Rücken der Touristen, denn sie hatten kein Netz gespannt. Auch verbrannte ein Elefant, der aus Dummheit ganz still dort stand. Ohne Laut ging er zugrunde und erbrannte eine Stunde, als der Zirkus in Flammen stand. Dann ging man den Herrn Direktor suchen, der war grad verreist an diesem Tag, um den Zirkus anderswo zu buchen. Als es hörte, bumm, traf ihn der Schlag, als der Zirkus in Flammen stand. War nicht Wasser genug zur Hand. In zwei lächerlichen Teichen lagen Leichen über Leichen, ein paar halbe Jaguare und verkohlte Dromedare, zwischen stöhnenden Domteuren und verwundeten Jongleuren. Tribünen sind zersplittert und die Erde hat gezittert. Vom Himmel fielen die Funken und das Ganze hat gestunken. Ja, die Stadt war außer Rand und Wand, aus der Zirkus, der Zirkus in Flammen stand.